Könnt ihr euch aus meinen Kopf nicht der Gelände, dass der König das Wohlwollen meines Freundes in Frage stellen könnte? An einem Kreuzweg zu stehen, wo Liege haben die Loyalität zu einem Freund und Rechte haben die Loyalität zu einem Freund. Ich würde das sehen. Mich in einer Lage zu befinden, wo ein paar Worte an dem König... Was hält ihr beiden schon wieder auf? Ganz gleich, ihr solltet euch beeinflussen. Mein Bruder ist auf dem Weg zu einer Sitzung des Kleinen. Für unruhigende Neuigkeiten aus der Fahne. Hattet ihr mich gehört? Hattet ihr mich gehört?